So, Hans-Jürgen, gib mal noch einen kleinen O-Ton. Ich nehme mal hier mit dem Dienst-Handy was auf. Wie ist es heute hier am Skilift? Geniales Wetter. Ihr habt mal vorhin so schön gesagt, das ist die Seilbahn-Romantik. Seilbahn-Romantik, super. Ihr seid nicht zu beneiden, aber ansonsten gibt es auch mal ein paar schöne Tage manchmal. Ja, manchmal. Heute ist es nicht so schön. Arne, hörst du mich? Und sonst, hier, der Lift ist alles nach euren Vorstellungen? Ja, soweit wir bisher geprüft haben. Einige Ausaufgaben sind noch zu machen, das sieht man ja hier oben drauf. Okay, es wird schon. Wunderbar, danke dir.